Scusi, ich hätte ganz gerne eine Pizza Gandoni. Ach was, haben Sie nicht? Wo sind wir denn hier? Dann hätte ich ganz gerne eine Pizza Chuyoni. Oh mein Gott, was soll denn das? Dann nehme ich eben eine Pizza Pida Rationi. Und eine Coca-Cola, bitte. Haben Sie auch nicht? Dann kirkudu barbambi ablet. Margaro wickel, i paiz parvo. Das ist die Pizza Pida Ration.